nummer 839 2020 donnerist optik football zwei box break teams sind auf der rechten seite viel glück an alle die ersten zwei breaks waren haben noch einen draufsetzen können danach machen wir noch märketext chrome für heute hin oder morgen machen so 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 ja könnte man überlegen also viele jungs hier we go box nummer 1 wir starten mit cd lambo und die cowboys und card autograph auf 150 christian füller team zack so geht's cd lambe auf 150 all right wir weiter geht's mit arnett für die raiders rookie dann haben wir wir für die backe nears rookie wir haben auf 10 gold für die dolphins christian wilkins okay ist nicht der mega hit aber eine gold niemand immer mit oder gold auf 10 ollie boom nice gold auf 10 zack all right weiter geht's mit colt matt rookie für die panthers und kenneth murray für die chargers silver kindler für die 49ers rookie und red geht an teddy bridgewater und die panthers nummeriert auf 99 und justin jefferson für die vikings rookie wir haben insert joe montana retro series für die 49ers blacklock für die texans rookie und orange colts darius leonard auf 199 wir haben brian abwitz für die raiders rookie und ino benjamin für die cardinals rookie so we insert nick job für die browns so we insert nick job für die browns tommy stevens für die saints wir haben kohl mcdonald für die titans rookie und insert wir sind mit aaron rogers für die packers insert aj terrell für die falcons rookie und cly adwords hilaire für die chiefs elite series rookie grant delpid für die browns nächste rookie dann haben wir au guara für die lions und blue derrick carr für die raiders auf 179 wir haben denzel nims für die jets und tyler johnson für die buccaneers auf 125 rated rookie nice henry rox noch mal für die raiders john hightower für die eagles silver aj dylan für die packers wir haben trevon dicks für die cowboys und candy galladay blue für die lions nummeriert auf 299 wir haben jeff okuda für die lions und josh jacob silver und darnell mooney für die bears jacob silver leider kein rookie das wäre schön ein paar nette rookies dabei ein paar silvers oder holo tyler johnson auf 125 ist das auch nicht so verkehrt stellen wir mal hier hin kly adwords a lair für die chiefs auch ganz nett und mr rogers für die packers all right also auf zu box nummer 2 erste box war vielleicht die schwächste box bisher ne abwohlen gold dabei aber die anderen boxen zu trocken ist natürlich auch nicht so einfach ne davon ja auch nicht vergessen ja trotzdem solide sind da gibt es glaube ich noch ein dickes pack ein dickes pack jersey auto rpa oh oh also wenn wir von der 2 kommen wir es richtig gerne dann hätten wir echt die top 3 wikis alle in 6 boxen durch mit guten karten stimmt die land ist ja auch nicht ohne ja wir schauen mal also viel glück jungs here we go wir starten mit brennan ayub und die 49ers elite series rookie wir haben logan wilson für die bangles der falsche rookie dann haben wir josh jacobs blue für die raiders auf 299 wir haben cj henderson für die jaguars und in 3rd drew breeze für die saints dann haben wir gross mäders für die panthers rookie und dann daryl taylor für die seahawks weiter geht's mit terry mclaren auf 125 für washington und und zack morse der darf natürlich nicht fehlen für die bilds rookie dann haben wir albert ok für die broncos sorry ich hasse diesen namen james morgens silver rated rookie für die jets und gross mäders nice für die panthers auf 199 derrington evans für die titans rookie silva geht an von miller oder holo und die broncos patrick queen für die ravens sowie terry lewis für die rams cross mäders crunch james morgens silver und brennan ayuk also letztes stack viel glück jungs komm schon da kommt das die rpa ist nummeriert auf 25 jungs uh 25 könnte was gutes werden ne hab ich einen übersehen wir haben jedrick wills für die browns und dalton keen auf 99 für die patriots joshua kelly rated rookie für die chargers wir haben rack one davis silver holo für die dolphins colby parkinson für die seahawks und silver für die jets sam darnold christian fulton für die titans und für die falcons au guck mal wer im hintergrund ist rated rookie aj terrell für die falcons auf 290 und justin herbert rated rookie eric dickerson für die colts insert retro und jason huntley für die lions wir haben joe reed für die chargers rated rookie blue auf 179 chanel jr für die jaguars wir haben eine sehr cool tier für die texans und silver geht an brennen und die ah ne ist kein silver sorry nur die rookies insert für die 49ers und derrick brown für die panthers nochmal alright also wir haben noch ein rpa vermute ich ob wir beim auto schauen wir mal wer es ist schosten herbert und meine eigene getroffen also schau mal schau mal viel glück an alle ist auf 25 limitiert da bin ich ja mal gespannt also hier ist josh ucce für die patriots das ist all right also das ist die base viel glück hier we go ist es ein rookie oder nicht kein rookie logo ich sehe kein rookie logo ich sehe kein rookie logo buccaneers daniel sehr cool auf 25 rpa sehr schön mit einem schönen patch für die bucks caisson von ist jetzt auch nicht übel tampa bay buccaneers boom sehr nice all right quick recap jungs here we go wir haben dalton kee patrice of 99 ragwan davis holo justin herbert rookie joe reed blue für die chargers 179 elite series rookie james morgan silver gross mados 199 wir haben aaron rogers für die packers aj dylan holo oder silver justin jefferson für die vikings kenneth murray holo und jeremy chin holo für die panthers die schöneren hits wir hatten Clyde Edward für die chiefs wir hatten tyler johnson für die buccaneers auf 125 wir hatten cd lamp rookie auto auf 150 wir hatten gold christian wilkins für die dolphins auf 10 und rpa für die buccaneers caisson von auf 25 sehr schöner patch das war's für break nummer 3 und dann kann alles bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal